Ich mache jetzt mal ganz spontan einen Drops. Wir haben heute live Joel. Die Leute haben keine Videos mehr. Deswegen mache ich jetzt einfach mal ein Video. Erste Szene? Erste Szene. Toronto, wir werden einfach fertig machen. Who is that? Imalia hat mal gesagt, das ist ihr dad. That's not your dad. I would know if this is your dad. She said Bushi. Ja, sie weiß jetzt, dass es nicht ihr Papa ist. Was wollte ich sagen? Ja, ich mache jetzt ein Video. Wir sind heute bei dem Spiel. Toronto Raptors gegen Brooklyn Nets. Von der anderen Seite dieses Mal. Wir sind nur zu Gast. Mittlerweile gehören wir zu diesem Team. Aber dennoch dürfen wir hier die Vorzüge... Hi, how you doing? So. Was ich sagen wollte, ist, wir dürfen trotzdem die Vorzüge von Raptors Family nutzen. Wir durften auf unserem alten Parkplatz parken. Wir durften durch den Family-Eingang gehen. Also vielen, vielen Dank an dieser Stelle an die Raptors Organisation, die uns immer noch treatet, als wären wir Family. Und wir haben sogar unsere alten Sitzplätze bekommen von denen. Also top, top, top. Man freut sich hier gerade, die alten bekannten Gesichter zu sehen. Lange her, dass wir hier gewesen sind. Hey, how you doing? Good, how are you? Thank you. Hey, how you doing? Good to see you. Was ist das? Was war da kommt? Was war da? Was war da? Was war da kommt nicht? Wie war da kommt? Was war da Jetzt gehen wir zu unserem Papier Masse. Und der hat uns auch immer so viel umsonst gegeben und so. Voll nette Typ. Vielleicht ja heute auch. Nein, 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 ich kann mir nicht mehr dazu leben. Doch, 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 doch. Hey, hi everyone. Good to see you. Hey, thank you. How are you doing? So, what do you want, guys? One thing. Water? Tea? One? Yeah, a lot of tea. Coke? Oh yeah, I go with the Coke. Coke? Yeah, Coke? Cheap dang. No, I don't want that. And then we take, what you want, cotton candy or what you want? Let me get ice cream. Ice cream? No, this. One Hagen does and then... And I want the Oreo. We do play. What you want? Oreo. The Oreo one and one Oreo, please. Oh, look at this. What do you say? Say thank you. Thank you so much. I appreciate it. How much is it? Thank you. Yeah? And avocado. Oh, it's a sugar card. You want a sugar card? You want a sugar card? So, now we have something to eat again. Popcorn and... And sugar water on the house. That type is really nice. And now it's the game. And today we're going to play. We're going to play. From Georgia. A 6 foot 11 center, number 33, is Nick Boxman. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Alright, rapists friends. It's off. Gonna take out those flashlights. Turn em up. It's time to light up the door inside the Scotsian Bank Arena. Are you ready to make some noise for your rapists? Let's hear you make some noise. So, eigentlich sollten das äh... Unsere Alten sind jetzt aber ganz anderer. Wir führen mit einem Bock. Hat aber gerade erst angefangen. Erste Quarter ist over. 22 zu 20 für uns. Knappes Ding noch, aber wir führen. Leidig zu halb gefahren. Ich jetzt auch, aber auch Spaß. Juell, hast du Spaß? Extrem. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Spiel heute gewinnen werden. Weil die Brooklyn Nets sind aber besser als die Raptors. Let's go! Der Fond ist da. Yes! So, es ist Halbzeit. Wir führen. Und wir dürfen jetzt sogar in den Family Room gehen. Ach, meine Haare stehen einfach echt in alle Richtungen. Wir dürfen jetzt auf jeden Fall in den Family Room gehen. Und Junior ist total aufgeregt. Er freut sich, alle wieder zu sehen. Deswegen, let's go! A few moments later. Me and Baby won! Me and Baby won! WoA! Wir haben jetzt 58 Sekunden und wir liegen ganz da vorne mit 13 Punkten und das Ding ist auf jeden Fall durch. Wir haben gewonnen. Ich habe es euch gesagt. Ich habe es euch gesagt. Er hat es gesagt. Er hat es gesagt. Mach mal ruhig. Big W. Denny hat auch sehr geiles Spiel. 19 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists. Ich bin so stolz auf ihn. Das Spiel ist vorbei. War ein richtig gutes Spiel. Wir haben natürlich gewonnen. Also was auch sonst. Und wir dürfen jetzt sogar hier drin warten bis dann es fertig ist. Wir warten jetzt auch bis sich alles hier ein bisschen geleert hat und dann gucken wir ob die Kinder auf dem Feld spielen dürfen. Normalerweise dürfen wir das nicht, weil wir nicht mehr hier spielen. Aber die haben uns heute wirklich alles möglich gemacht. Und ja, sind wir sehr, sehr dankbar. Kannst du den Ball hier drücken? Ja, du kannst. Ich weiß nicht. Ja, ich kann es. Ich kann es. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Immer der Letzte, ich warte mal auf Dennis. Ich will bis ich 40 Jahre alt bin, wenn wir spielen, dann muss ich auch auf meinen Körper auch machen. Hast du das an der anderen? Ich schweiß die ganze Zeit. Ich frag mal die Spieler. Vielleicht haben sie heute mal nicht geduscht nach dem Spiel. Wir können nicht diesen nutzen. Nein, wir müssen immer weg. Was geht's hier? Das war schlecht. Es ist Joel. Sorry, ich hab heute nicht geduscht. Nein, das ist nicht. Mein Name ist mein Turn. Mein Turnier. Es ist dein Turnier? Nein, es ist 11 und 1. Sie haben heute gewonnen? Sie kamen zurück gegen Boston. Sie waren immer wieder gewonnen. Sie kamen zurück und haben gewonnen. Das war das. Das war das. Das war das. Ja, ich dachte es war das. Sie waren 20 oder so. Sie kamen zurück und haben gewonnen. Sie kamen alle? Ja. Ich denke so. Das ist ein schlechtes Loss. Danke. Have a good night. You too. Don't touch it. Don't touch it. Don't touch it. You need to touch it. We don't want it. Hey. We don't want it. Stay there. Stay right there. We don't wanna touch it. We know how you're getting from here. We need to touch it. We need to touch it. Okay. Maybe. Maybe go another bit further. Start. Maybe. Come here. Don't you. Let's go. Wie ihr sehen konntet, wir sind jetzt an unserem Auto angekommen, war easy day, also wirklich so, als wären wir immer noch family hier. Jetzt gehen wir erstmal nach Hause was essen. Ich wollte mich eigentlich gerade verabschieden, aber wisst ihr was? Ich nehme euch noch mit und zeige euch mal, was ihr so zu essen bekommen heute noch. Wir sind jetzt zu Hause, es ist noch was schönes zu essen. Deines guckt noch ein bisschen hier seine... Oh, Spiel vorbei? Nee, geht gerade nicht. Geht gerade nicht. Okay, wird noch Spiel geguckt. Einmal da, einmal da. Und ich bin froh, weil ich einfach nur ein Bett bin, weil ich bin einfach nur müde, aber erst mal was essen, was ich bin nämlich auch. Dementsprechend war es dieses mal wieder mit meinem Video, ich habe es heute gefallen. Wenn es so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da und kommentiert ganz fleißig. Abonnieren, falls ihr es nicht getan habt und dann bis zum nächsten Mal.